Musik Ja und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil HD Remake. Jetzt geht es nochmal voran. Einfach einfach. Diesmal machen wir einfach. So wen nehmen wir jetzt? Diesmal nehmen wir Chris in seiner normalen Fassung. Oder nehmen wir ihn? Ach ich nehme die Fassung. Also bei Jill da hatte ich leider bei der Schlange vergessen, wenn ich beim ersten Mal begegnet habe, das Gewerben mitzunehmen. Ja den Anfang brauchen wir nicht, den haben wir schon. Kennen wir schon. Es gibt nur drei Starz-Members. Kapitän Wesker, Jill und ich. Wir wissen nicht, wo Barry ist. Alles gut? Barry. Wo ist Barry? Please. Nein. Was war das? Ich gehe und schaue es aus. Alles gut. Jill und ich bleiben und in dieser Umgebung bleiben. Chris? Schau dich. Ja. Ja. So. Ach da haben wir ja das Farbband. Das nehmen wir mal mit. Wie viel haben wir? Drei? Okay. Ja. Hier versuchen wir. Gucken wir mal. Hier ist nicht. Auf dem Boden sind Blutflecken. Hoffentlich stammen sie nicht von ihren Freunden. Ja klar. So. Den nehmen wir auch nochmal mit. Hier will ich einen richtigen Rush durchmachen. Okay. Haben wir schon. Ja. So. Hier gucken wir uns um. Versuchen die 10 Minuten zu überspringen. Und. Na. Komm. Mein Freund. Komm. Hehe. Kriegst mich nicht. Kriegst mich nicht. Kriegst mich nicht. Oh. Schnell hier durch. Ja. Wie gesagt. Das wird ein Run. So. Wesker? Jill? Was? 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 Woher gingen sie? Woher gingen sie? Woher gingen sie? Hm. Eine Waffe. Einmal mitnehmen. Jo. So. Jetzt gehen wir hier durch. So. Wie gesagt. Wie gesagt. Das wird hier jetzt noch ein. Das wird wie gesagt. Nur ein Run. Hier weiß ich ja jetzt. Wo die ganzen Dinger sind. Brauch ich auch nicht mehr vorlesen. So. Dass sie immer stolpern müssen. Na komm. Und. Pow. So. Einmal hier durch. So. Jetzt geht sie hoch. Und. Wie gesagt. Das wird nun. Rush. Dass ich ja jetzt weiß wo alles ist. Ah. Immer diese Kameraführung hier. Jetzt mal alles einsammeln. Was ich finde. Was nicht nied und nagelfest ist. So. Ja. Jetzt zurück. Können wir erstmal nirgends wo hin. So. Und hier hoch. Und hier. Ich muss ja. Und hier. Oh. Ja. Das war doch. So. Ey. Ey. Lass es sein. Schnell hier durch. Kommt hier durch? Ja. Auch nicht. So. Oha. Oha. Nicht gut. Nicht gut. Und ich habe noch nicht abgesaved. Oha. Haben wir hier runter. Ha. So. Okay, dann speichere ich mal hier ab. Und nehme den hier. Ja, und wie es bei Resident Evil HD Remake in der Chris-Variante weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Also bis zum nächsten Mal, euer DJ Pauchen.